AuPairWorld, harnessing the worldwide web, to make a pairing available to everyone. The support team keeps a close eye on the thousands of incoming registrations and the needs of individual users. We check that the content of profiles complies with the basic idea of AuPairing. Prawie 7 lat, to moich głównych zadań należy odpowiadanie na pytania naszych użytkowników. Pytania są przeróżne, począwszy od pytań technicznych, takich jak na przykład nie mogę się zalogować, coś nie działa, aż po wiza. Pytania odnośnie wizy do wszystkich krajów świata. The text and translation team is responsible for all the content on the AuPairWorld website. Je traduis et écriu des textes en français, en allemand et je fais aussi partie de l'équipe AuPairWorld. Ça veut dire que je correspond avec les familles d'accueil et les AuPairs par e-mail et au téléphone. Traduzco la pagina al español y me encargo de ayudar a las OPs españolas, a las OPs de latinoamerica, con todas las dudas que tienen. También me encargo de que la información de España en nuestra página web esté siempre actual. Ich kümmer mich um die Texte auf unserer Webseite. D.h. ich schreibe zb. eine News, wenn es was neues im Gastland gibt. Wir wollen natürlich unsere User möglichst gut auf ihre Aufenthalte vorbereiten. Zum anderen kümmere ich mich um unsere Facebook-Seite, um auch dort unsere User gut zu informieren und um auch die Möglichkeit zu geben, dass andere AuPairs finden können, um schnell Freunde in ihrem Gastland zu finden. Ich bin aus den USA und arbeite hier bei AuPair World, schreiben englisch Texts für die Website und für generalen Business-Purposes. Ich habe viele Unternehmen als Writer und Editor gearbeitet, und habe hier bei AuPair World für etwa sechs Monate gearbeitet. Es ist ein tolles Ort, wo wir arbeiten. Wir haben viel Spaß, was wir machen, bringen wir au-pairs und hostfamilien. Es ist eine super-freundliche Team, und ich bin froh, hier zu sein. Unser internationales Team bringt au-pairs und hostfamilien, um die Erinnerung, die Bildung und die Möglichkeit, die au-pairing zu erleben. Ich war selbst vor vielen Jahren au-pair, habe eine ganz tolle Erfahrung machen dürfen und freue mich jetzt einfach auch, dass wir über AuPair World vielen jungen Leuten aus aller Welt die Möglichkeit geben, eine Gastfamilie zu finden, ganz schnell und kompliziert übers Internet. Web-Development und Graphic-Design also play an important role. Ich bin Graphic-Designerin bei AuPair World, ich arbeite seit drei Jahren hier und bin für das Corporate-Design von AuPair World zuständig. Ich habe also für alles die Verantwortung, was mit Bildern, Grafiken und Farben zu tun hat. Mein Job principal ist, dass sich die AuPairs und Gastfamilien sicher, einfach und vor allem direkt über AuPair World finden können. Hierfür stellen wir die Funktionen zur Verfügung und entwickeln diese ständig weiter. Die Infrastruktur-Team hält AuPair World's dedicated Networker-Service bereit für die Aktion, 24 Stunden pro Tag, 365 Tage pro Jahr. Für uns ist es wichtig, Menschen eine Wahl zu geben, weil sie am Ende besser wissen, wer ihre Needs matcht. Unser Ziel ist es, dass immer mehr junge Menschen von ihrem AuPair-Aufenthalt zufrieden wieder nach Hause kommen, sagen, es war eine erfüllte Zeit, ich habe viel Erfahrung sammeln können, bin Erwachsener geworden, habe eine Sprache gelernt und kann es jedem weiterempfehlen. AuPair World 0 Nein J Vielen Dank.